Hallöchel und herzlich willkommen zurück hier bei WOL, der Kampagne-Portal auf der Brücke mit Jimmy und Typhus und natürlich unseren guten alten Horner. Gucken, was der so zu sagen hat. Wie schlägt es aus, Matt. Zerg greifen überall im Sektor an, Sir. Übrigens hat die Flotte zurückgezogen, um die Kernwelten der Liga zu schützen. Die Randwelten sind nun sich selbst überlassen. Es ist der reinste Alptraum. Alles schlecht. Wir können diese Invasion nicht mit einem einzigen Großkampfschiff und einer Handvoll Freiwilliger aufhalten. Das wird schwierig, ja. Am besten halten wir uns einfach daraus. Wir können uns an Möbius eine goldene Nase verdienen, bis sich die ganze Sache beruhigt hat. Du verstehst es einfach nicht, Streifling. Das wird sich einfach nur beruhigen. Die Zerg werden so lange weitermachen, bis wir alle tot sind. Ach, Quatsch. Keine Sorge, Matt. Wir setzen die Sache nicht einfach aus. Die Zerg brauchen nur Biomasse. Aber wir sind auch nicht gerade in bester Verfassung. Erstmal verdienen wir ein wenig Geld. Credits. Wir müssen unsere Streitkräfte aufbauen können. So können wir etwas ausrichten, wenn es darauf ankommt. So, genau. Jetzt haben wir schon das Arsenal freigeschalten. Und ich habe aus Versehen vorhin schon Sachen gekauft. Zeige euch mal kurz. Für die Space Marines habe ich das Stim-Paket gekauft. Und für den Bunker das Upgrade um zwei Plätze. So, und dann werden wir jetzt mal die Mission spielen. Auf zur Brücke. Was gibt es denn Schöne? Wir haben ein Notsignal vom Planeten Agria erhalten. Eine der Kolonien dort wird von den Zerg angegriffen. Evakuieren. Unser Knastbruder. Die Jungs von Möbius meinen, dass es noch ein Artefakt dabei ist. Schellnager packt sichern. Das Geburt nicht Credits. Und vier Forschungspunkte. Und dem Router spielen wir mal diese. Wenn sich zwei sich streiten, freut sich der Rob. Mal wieder ein Video. Genau wie die Typen von Möbius gesagt haben. Leicht verdientes Geld. Credits. Oh. Viele Kennenze. Und Zerg. Das durch Top in die Gegend noch kämpfen. Diese Viecher haben sich einfach da unten versteckt und gewartet. Keine Ahnung. Aber jede Wette. Die sind aus dem gleichen Grund hier wie wir. Die wollen auch das Artefakt. Das macht die Sache natürlich ein bisschen kompizierter. Müssen wir halt ein bisschen schneller sein. Wir können schlecht zwei Armeen auf einmal bekämpfen, Partner. Mit ein bisschen Glück brauchen wir das auch nicht. Wir müssen den Bereich am Schrein nur lange genug halten, bis das Artefakt geborgen ist. Also landen wir hier und schießen uns dann einen Weg durch die Protoss rein, während sie mit den Zerg beschäftigt sind. Jo, so machen wir das. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Protoss von den Zerg überrannt werden. Und bis dahin sollten wir längst weg sein. Also dann starten wir mal die Mission auf Brutal. Wenn zwei sich streiten, wie gesagt, freut sich der Rob. Der Bau einer zweiten Gesandung ermöglicht ihnen den gleichzeitigen Bau mehreren Einheiten. Das ist natürlich logisch. Zwei Kern Sand könnten beim Brutal zu wenig sein. Mal gucken, wie viel wir bauen können. Und wie die Map aussieht. Und dann geht es auch schon los. Hier BBFs ran. Auf die Eins. Meine Trupps. Was haben wir hier? Was ist das? Protoss Relikt. Kann ich damit machen. Ah, okay, dass die dich sammeln muss. Dass es hier schön ist. Da ist noch ein Relikt. Nein, hier ist kein Wegpoint. Wegpunkt ist da. Da komme ich so nicht hin. Okay, da muss ich also in die Richtung. Das ist mein Hauptziel. Ja, krieg man schon hin. Greifen die mich an, Baubrucker. Kammerbogen gebrauchen, Maradöer. Ich bin mir nicht sicher, ob gerade die beste Zeit für Experimente ist. Ach was. Eine bessere Zeit dafür liebt es nicht. Lass die Manodöre noch mal auf diese Hetze los. Und guck dir an, was passiert. Und mehr BWL. Wir brauchen mehr Income. So, wir haben auch schnell gerettet. Retten wir den noch schnell. Und die wieder raus. Ein bisschen Micro müssen wir hier haben. Ein bisschen die Einheiten saven. Das ist ein Gas. Zwei reichen erst mal am Gas. Wie viele Artefakte gibt es denn hier? Vier Stück, ne? Ja, vier. Trägen wir schon hin. Vier Stück. Ich brauche ein neues Depot. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So. Knall mal das weg. Das ist auch gut. Wo ist da denn hinkommen, ey? Kommt, Zerg ist da genug. Die kommen zu mir, oder was? Oh. Nein, Maradour verloren ist schlecht. Den wollte ich nicht verlieren. Bauen wir mal ein paar neue. Nehmen wir mal eine Barrack dazu. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Und dann müssen wir die zwei Sachen da wegknübeln. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Aber erst brauche ich mehr BBS. Uns bringt das eh nichts. Das kann ich mir noch bauen. Okay, das nur. Hm. Nicht genügend Mineralien. Dann noch ein Depot. Nicht genügend Mineralien. Verstanden. BBS bereit. So, die Depot kommt danach zurück. Noch einen hier, wenn es schlecht ist. Und dann eigentlich noch ein paar normale Marines. Und schon ein Stimme. Die haben schon ein normales Stimme. Können wir noch ein Depot bauen. Nicht genügend Mineralien. Und noch ein paar WBFs. Nehmen wir noch mal ein paar WBFs. Nehmen wir noch mal 2 in die Warteschlange. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So, das reicht dann ein paar Marines. Nicht genügend Mineralien. 4 viele Länge bei der Hochschule abwägt die Länge fette Abgrüßung nicht gut und vor allem so mehr wie Geld nicht genügend nicht genügend so ihr wirst da noch reinkommen da ist noch alle fahrt habe ich das dritte ok kriegen wir schon hin mehr medias und dann klappt das und wenn ihr upgrade nicht genügend Minerals und Depot es wird nur gleich supply block sind und dann geht es mal los, wir holen uns mal das wir holen uns mal das teil ich muss schnell das teil holen ach so das ist noch ein Stück weiter weg wir sind hier so dann haben wir das Atefakt auch noch mehr Doktoris und noch mehr Barracks das ist alles nis, das ist nicht zu wenig doch heilt ohne Ende so, alle mal hier sammeln hier mal da sammeln, noch VWFs das müsste dann reichen, haben wir genug 1-0 ist dann gleich durch und wir wollen immer weiter Truppen hier können wir noch ein Dörren bauen und keine Heilung mehr aber die Linger machen ganz schön Stress hier und das ist Wahnsinn kommen wir mit Baneling, kommen wir ohne Baneling ich komme hier gar nicht zum einnehmen ein hey nicht auf die eigenen Sachen schießen, was sollen das da haben wir drei drin, dann brauchen wir auch noch ein paar Memorandes noch ein paar Marauder nicht genügend Mineralien nicht genügend Mineralien und dann warten wir mal auf das 1 Upgrade für die Panzerung nicht genügend Mineralien 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 noch mehr jungs bauen und weiter geht's keinen zweck machen ich bin schon ziemlich weit jetzt kommen die zerk so die haben wir hier haben wir auch noch mehr gruppen dann schick ich mal die marodeure vor denn die machen dann mehr damage gegen so das marodeure so wenn es der auch tot hier war noch ein zölnager bohr drei kennens naja man muss nur den peilen weg ein weg kennen sie gar weiter gehts und teilen schnelles voltway und dann den rest ein relikt fehlt noch bis es aussieht hier etwas hilfe gebrauchen losgeladen und entsichert mal kurz zurücksammeln es geht los ich müsste nämlich gleich die nächste zerkwelle kommen ganz kaum noch erwarten und die werde ich mal zu hause verteidigen ein paar healern noch jetzt geht's los ich komme noch eine bf nehmen da kommt die nächste zerkwelle war abzusehen die geht aber eigentlich aber sind noch mut noch viel ihr nicht gesehen so muten tot ich brauche noch mehr depots und dann wird zurück jungs ein paar healer so jetzt müssen wir durch rushen wo ist jetzt noch ein relikt da war eins das haben wir die halten noch ein bisschen so Da wird noch ein Relikt rein in der Ecke, denke ich mal. So, Focus Fire. Das kann ich stehen lassen. Da ist noch ein Relikt, einmal frei. So, wir haben alle Relikte. So, los Jungs, auf, mach die Tür auf. So, wir sind angekommen. Wir anscheinend noch töten. Focus Fire, Jungs, ein nach dem anderen. Nicht genügend mehr Reihen. Aber durchgeladen und sehr sicher. Ich habe ein paar Leute runtergeschickt, um das Artefakt abzuholen. Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange jetzt hier. Die Medis heilen immer noch. Wir haben, was wir wollten. Jetzt nicht viel raus hier. Dann los, schnell weg. Ich hatte ganz vergessen, wie einfallsreich du sein kannst, Jim. Sei dir sicher, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Ja, Christian Carrigan. Ja, Christian Carrigan. Da wurde wieder ganz sentimental und verliebt und verträumt. So, Erfolge hatten wir ja eigentlich alles schon gehabt. Wie gesagt, auf Brutal haben wir es jetzt nochmal durchgespielt. Okay. Wenn Sie es noch einmal scheinbar zu verlieren, ja, die Steinmächte hätten wir jetzt auf Brutal nicht geschafft, aber auf Normal ist es eigentlich kein Ding. Wenn Sie die Mission erfüllen, ja, das ist egal, das habe ich auch geschafft. Und auf schweren unter 15 Minuten, wir haben jetzt gebraucht, auf Brutal in 17 Minuten, also auf schwer hätte es locker gereicht. Dann, wollte ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss, euer Rob. Hintergrund Laut 3 3 Untertitelung des ZDF, 2020